Klingt, als würdest du in meine Hose kommen, liebe Mobile Game Entwickler. Wenn ihr ein Spiel schon auf Deutsch anbietet, dann übersetzt das doch bitte ordentlich. Machen wir es so, Leute. Ich versuche nicht zu lachen. Ihr dürft auch nicht lachen, okay? Ich bin auch neu hier. Lüg. Lieg. Soll ich leaken oder soll ich die... Großartig. Ich war auf der Cafeteria. Was? Wo sollten wir noch ein fettes Schwein erwarten? Hehehe. Sie machen Kidding. Mike, was zur Hölle? Wie hast du deinen gekommen? Niemand will deinen hässlichen, nackten Körper sehen. Boah! Was? Sie sind in der Kiste gelandet. Ich hoffe, dass sie jetzt kein Geld bitten. Boah! Diese Übersetzung ist so unfassbar schlecht.